Sandel Holzöl hat einen sehr wunderbaren Geruch. Sandel Holz gilt ja als heiliger Strauch, heiliger Baum. Sandel Holz wird auch genutzt für Murtis, die sogenannten Götterfiguren. Zum Beispiel gerade Ganesha und Lakshmi werden gerne aus Sandel Holz geschnitzt und andere auch. Und Sandel Holzöl kannst du ebenso verwenden, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ökologische Aspekte des Sandelholzöles und von Sandelholz. Leider ist es heutzutage so, dass Sandelholzöl und Sandelholz als Holz sehr beliebt sind. Und so wird für die Herstellung von Sandelholzöl und auch von Sandelholzmöbeln und so weiter sehr viel Land auch gebraucht und uralte Sandelholzplantagen und Sandelholzwälder abgeholzt. Und so ist es vielleicht klüger, anstatt auf reinem Sandelholz zu bestehen oder gar Sandelholzmöbel zu haben, dich beim Sandelholz zu beschränken auf Japa Malas, die eben, wofür kein ganzer Baum abgeholzt werden muss, oder auch kleinere Götterfiguren. Klüger ist es, keine großen Götterfiguren zu haben, nur aus Sandelholz. Dann nimmst du besser Steinfiguren oder anderes Holz. Und auch für Öle nutze besser solche Öle, die von anderen Materialien hergestellt werden, die schneller nachwachsen können. UNTERTIST Vielen Dank.